Hey DJ, yeah The party don't stop DJ, let's go Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Adawach19390 Auf der Map Plaza, im Team Bestmatch und wir spielen heute MP7 Schallernfeld, Magazinerwettung, Lasermarkierer, Gleichgewicht, Zähigkeit, Totenstille, Gewandtheit, Primärwaffe, Extra 3 Gear Ja, heute mal andere Pointstreaks Ich habe ja gestern mir geschrieben, das werde ich heute auch wieder tun Und da habe ich ja Herrschaft gespielt und da wurde ja mal gesagt, pass auf, mach mal eine andere, mach mal andere Pointstreaks rein Und da habe ich jetzt mal den, ja, Tarnhealy reingenommen, den Lotser und die Vitorleinheit, die habe ich gestern zwar leider nicht mehr geschafft Irgendwie da zu kriegen, aber hey, egal, passt schon Und, ja, daher noch so eine hohen Streaks Für Team Bestmatch würde ich natürlich wieder Drohne, QR und Ähm, ja, den normalen Tarnhealy mitnehmen Naja, normal ist das, oder so? Ah, ich wisst, was ich meine So, zack So, na, schade Kommt gerade nach Ja, wie gesagt, heute wieder, äh, Struktorien Um 15.30 geht wieder ein bisschen der Start los mit ein bisschen Musik Und, ähm, ja, fünf Minuten später oder so Wollt sehen Werd ich dann, mit Ja, mit dem Zocken anfangen Und zwar wieder anfangsmäßig Black Ops 2 Und danach Dann Ja, entweder Nitrospeed Most Wanted Oh, leer, ich denke mal, das wird eher Eintreffen, dass ich ein bisschen Na, scheiße Eher, ähm Warhammer 40k Also, ne, 40, wo haben wir 40.000 Space Marine Spieler Darauf habe ich ein bisschen mehr Bock Da hinten lief einer Ja, ich hoffe, ihr werdet natürlich dabei Scheiße Dabei sein Und, ja, mir in Gesellschaft leisten Zumindest so lange, wie ich Black Ops 2 spiele Da könnt ihr mich ganz gerne denn unter Stützen, wenn ihr Bock habt Fick dich Ähm Weil meine Videos kommen ja doch ganz gut an Und denke ich mal, ist das ein Fick dich Ein schöner Zusatz, wenn ihr da noch Ähm Ja, meine Mein Stream damit zuschaut Weil es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn ihr Mich so schon Beziehungsweise meine Videos feiert Ähm Denkmal ist das halt ein guter Positiver Aspekt da noch Wenn ihr da reinschaut Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung Oder ihr gebt einfach in der Webleiste um ein www.hitbox.tv Slash Adelwach93 Da kommt ihr direkt auf Mein Kanal rauf Und Dann könnt ihr natürlich auch Bei mir Zuschauen Ihr könnt mir natürlich auch Klassen vorschreiben Welche ich spielen soll Ich bin jetzt mittlerweile Durch den Stream wieder 35 Ich hab fast wieder Naja, was heißt Kassen Ich hab so demnächst wieder alle Waffen frei Zwar nicht alle auf Zwar nicht alle Aufsätze Aber Na scheiße Triple Schade Der wär aber geil gewesen Wenn ich den Triple ergerissen hätte Aber nur gut egal Kann man halt nichts machen Den haben wir Da ist keiner Ich weiß nicht Ich hab irgend so ein dummes Gefühl Dass Das von hier noch irgendwie einer kommt Ich werd kurz mal nachladen Ja, wusste ich doch Dass da noch einer kommt Na und der legt sich dahin Scheiße Schade 14,5 geht aber Ist ja zwar nicht so prickelnd Gut Durch Plaza muss man auch viel laufen Weil Vor allem im Team Deathmatch Da die Spawns Ganz gerne mal Schön Hin und her Springen Und man wirklich an Einer Tour laufen ist Und ja Ist halt denn nicht All grad so einfach Und vor allem wenn du Genau in den Spawn reinläufst Und du halt nicht alle Gleichzeitig weg bist Natürlich denn auch immer Ein bisschen Ein bisschen doof Na scheiße Strohflinten Fuzzi Na gut Wie gesagt Ihr könnt euch da ganz gerne Ja ihr könnt ganz gerne mal vorbeischauen Vielleicht spiele ich heute auch nur Black Ops 2 Ich weiß es noch nicht Um da euch da ein bisschen noch was zu bieten Da ist nix Da sieht man erstmal schön den Kreis Auf jeden Fall wäre ganz geil Wenn ihr da mal vorbeischauen würdet Ihr könnt euch natürlich auch anmelden Dann könnt ihr auch mit mir Ähm Ja Mit mir kommunizieren Also ganz normal wie Ganz normal im Chat Ihr könnt euch mit Facebook anmelden Ihr könnt euch einen normalen Account Scheiße ich dachte der wäre tot Ähm Ganz normalen Account da machen Und ja Wie gesagt Thema wird schon ganz gut Ich hoffe ihr kommt vorbei Dass das jetzt mal Beziehungsweise ich hoffe mal Dass das ein bisschen Wirkung zeigt Dass ich da Youtube mäßig mal ein bisschen Werbung mache Na der hat dann einfach nur Mal random durchgeschossen Schade eigentlich Ich hab so gut angefangen Und lass so stark auch wieder nach Super Der ist dort Warum müssen die umgefallen Ich will auch Gegner haben man Was ist denn das Zack Das hat ein bisschen lang gedauert Alter Der ist nicht tot gegangen Alter what the fuck Ja super 20 11 20 12 Ja Ist das ein scheiß man 17 9 spielen An die anderen 19 9 Und 14 9 Gut Irgendwie Weiß ich nicht Ich hab so schön angefangen Gut ich hab auch kein Kein warm up Also gehabt Schade Aber war ein gutes Spiel Auch wenn Ja ich paar mal unglücklich Weggeholt wurde Weil die da immer mit 2 3 4 Leuten kam Und das geht halt Denn leider nicht MP7 ist zwar nicht so stark Aber Naja gut Ist ja auch egal Schnauze Vogel Ja wie gesagt hoffe Euch hat es gefallen Auch wie gesagt Ich werde hier auch immer wieder Kurz die Dinge einblenden Ganz kurz Und ja hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe ihr schaut beim Stream nachher vorbei 15 30 Also wenn das Video rauskommt Bin ich schon live Mit bisschen Musik Und da könnt ihr euch Den ganz gerne erstmal zu chillen Und ja Dann würde ich sagen Bis nachher Beziehungsweise bis gleich Wenn ihr ein Video seht Und ja hoffe es hat euch Trotzdem gefallen das Video Und ich bin raus Ich bin allerwachen1993 Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute